Okay, mach mal den toll. Einfach mal reinmachen, lass mich einmal lucky sein und dann irgendwie, muss ja nicht ausrasten, dann einfach mal 5000 machen. Er ist auch nicht schwer zu schrägern. Oh, wir haben ein Upgrade, oder? Wir haben echt ein Upgrade, ne? Hey, Wahrscheinlichkeit auf Upgrade ist 1 zu 109 Boni, oder so? Okay. Ah, beruhigt euch. Noch ist nichts passiert, ja. Wir haben ein Upgrade. Vielleicht zahlt er auch nur 400, 500 Mal. Wollen wir nicht hoffen, aber hoffen wir das Beste, ja. Erst abraten. Dann brauchen wir ihn, ja. Wir müssen den Multi erstmal ein bisschen pushen jetzt hier. Das bezahlt nicht viel. Wir müssen den Multi hier gepusht bekommen. Ich muss hier mal die ganzen, äh, Splitter bringen. Okay. Push zumindest etwas. Äh, ein bisschen was zahlt er schon. Ja, es dürfte, äh, also, äh, kann nice werden, ne? Abwacht. Okay, Punkt Falle. Weiter pushen hier, gar nicht. Solche Spins wollen wir nicht haben, ne? Ja, bisher war das nicht gut, Leute. Also, da muss schon noch was passieren. Wenn wir schon ein Upgrade bekommen, wollen wir auch einen gescheiten Namen, oder? Komm jetzt. Ein guter Spinner. Multis sind aber auf Shit. Ah, ist nicht gut. Zwei Spins nur noch. Das sieht nicht gut aus. Ein Spinner. Uh, 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 uh. Seht kritisch aus. Seht kritisch aus. Letzter Spin. Komm, mach irgendwas Heftiges, bitte. 1.000 X jetzt in dem Spin oder so. Komm, der, er ist mindestens 310er Multi. Mindestens 310. Er ist 310. Mach bitte. Bitte treffbar ist einfach. Oh nein. Nein, nein, nein. Kein guter Bonus. Also, was heißt kein guter Bonus, ne? Fürs Upgrade war es schlecht. Ist halt leider so. Ja. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.